HC Strache und Gerhard Dörfler sind sich über den Weg gelaufen. Für Dominik eine willkommene Gelegenheit, um sein Einreiseverbot anzusprechen. Entschuldigung, mein Mermisch. Grüß Gott. HC Strache, was halten Sie, der Landeshauptmann, von Einreiseverboten? Von Einreiseverboten halte ich gar nichts, denn man sollte ein weltoffener Mensch sein. Und da hat jeder Platz, glaube ich, in jedem Bundesland. Oder hat er der Landeshauptmann falsch zitiert? Naja, ich wundere mich, mein HC Strache, weil er will ja keine Türken in Wien haben. Jetzt weiß ich nicht, wie das Einreiseverbot zu verstehen ist. In Kärnten sind alle lieben Leute jedenfalls herzlich willkommen. Zu denen ich ja definitiv nicht zähle, wenn ich ein Medium richtig interpretiere. Nein, ich habe es schon einmal gesagt, weil sich der Heinzel ordentlich benehmt, haben wir überhaupt kein Problem. Ich habe heute extra meine Frau nicht mitgenommen, weil sonst wird der Heinzel wieder zum Eishockeyspieler. Podlicek ist nicht gefragt in Kärnten. Ich finde das jetzt interessant, es ist der Heinzel zum Türken von Österreich erklärt worden. Oh, was? Sie haben vorhin die Türken angesprochen und haben also den Herrn Heinzel Einreiseverbot erteilt. Nein, 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 schau, der Strache hat wieder abschweifen, ich bin gespannt, wie er in Wien die Wollen machen wird. Wir haben es in Kärnten jedenfalls gewonnen, das unterscheidet uns zwei Jahre, ich bin ja Wahlsieger, nicht Wahlverlierer. Aber Spaß beiseite. Alle, die sich in Kärnten gut benehmen und keine Podliceks machen, obwohl wir ein Eishockeyland sind, sind herzlich willkommen. Also ich kann nur sagen, vollkommen richtig, der Jörg Heider war auch bei der letzten Wahl, der Wahlsieger in Kärnten. Vollkommen richtig. Nein, der heißt immer noch Dörfler, aber der Strache wird schon wollen gewinnen, aber wahrscheinlich... Man sollte die Arbeit und Leistung eines Jörg Heiders schätzen und das nicht in der Art und Weise gering schätzen, dass Sie jetzt den Fehler machen, zu glauben, es ist Ihre Leistung gewesen. Das war schon die jahrzehntelange Aufbauarbeit eines Jörg Heiders, die auch mit der letzten Wahl nach seinem dramatischen und tragischen göttlichen Autounfall hier zum Tragen gekommen ist. Und ich glaube, da sollte ein bisschen Demut auch angebaut sein. Also, zur Demut, da kenne ich mich besser aus, wie der Herr Strache, der jetzt in Kärnten Urlaub und Wahlhilfe braucht. Es gibt keine der Hilfe, lieber ein Heipel, Michi. Also noch einmal, alle, die sich in Kärnten gut benehmen, sind in Kärnten herzlich willkommen. Benehmt er sich gut? Mein Gott, der ist Gast in Kärnten, zahlt hoffentlich seine Ächtigung und wird dann in Wien die Wahl verlieren, so gesehen. Gebe ich dir einen guten Rat. Geh nach Wien ein bisschen arbeiten. Das Schöne ist, dass ich gerne arbeite, dass ich in allen neuen Bundesländern arbeite, im Unterschied zu Ihnen. Ich habe ja auch eine bundespolitische Verantwortung. Naja, im Gegensatz, ich schaue, Sie sagt ja vorher, sagt er nur, vor der Kamera ist er ganz steif. Also, ich werde in Wien den Heipel wollen, weil er nicht so radikal ist wie der Strache. Also, von Radikalität halte ich gar nichts, ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der für die Menschenpolitik macht und der Gegenwart seine Zukunftsprobleme anspricht und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt. Und das sage ich ganz offen, da wird sich der Wiener ein Bild machen und die Wahlentscheidung wird es dann auch zeigen, dass, wenn Sie eine Wahlempfehlung für den Heipel abgeben, da völlig falsch gelegen sind. Jetzt ist er schon wieder bei Sie, er führt jetzt sich schon vom Vollergebnis. Noch einmal, lieber Herr Strache, wir sehen es heute eigentlich das erste Mal wirklich. Ich kann nur den guten Rat geben, Menschen täuschen ist das eine, ich arbeite für Menschen. Das ist genau der wesentliche Unterschied. Die Strache-Show, der Österreich zu ziehen und schöne Geschichten zu erzählen, ist zumindest in Kärnten nicht gut angekommen, weil sich die Kernerbevölkerung wirklich im Beat macht, dass sie Showpolitik weniger mag und Arbeitspolitik sehr schätzt. Also ich sage immer, Hochmut kommt wirklich. Das wird legendär. Also, ein Mensch, der in Ihrer Funktion und Position steht... Nein, aber ich sage das nicht, Sie sagen gerade, wir sehen uns heute das erste Mal und dann sollen wir vorher bei Du gewesen sein. Wer hat mich bei Du angesprochen, der Herr C? Ich habe Sie als Landeshauptmann angesprochen. Nein, 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 bei Du hast du mich angesprochen. Und in Kärnten sind wir locker... Aber der Punkt ist der, der Punkt ist... Der Strache ist viel verkrankter wie der Michi, das fällt mir auf. In dieser Hochmut, wie Sie heute da steht und wirklich den Eindruck vermittelt, einem Sozialdemokraten das Wahlwort, die Wahlrede zu geben... Ja, besser ein guter Sozi, wie ein schlechter Strache. Dann muss ich wirklich sagen, dann muss ich wirklich sagen, dann muss ich wirklich sagen, dann kann auch jeder kärten, was ich heute wirklich... Das sage ich mit Leidenschaft allen Wienern und Wienerinnen vor allem, besser ein guter, ehrlicher Sozialist, wie ein Strache, der Dampfplauderer ist. Und wirklich eine Art hat, Politik zu machen, die nicht meine ist. Das unterscheidet uns zwei ja ganz besonders. Ich bin sozial, aber nicht sozialistisch. Der Herr Strache ist ein großer Dampfplauderer, der ein bisschen mit dem Boteln um ein Wörtersee fährt und noch nichts geleistet hat. Das ist die Wahrheit. Also ich sage, Sie brauchen gar nicht mehr weiter. Ja, jetzt ist ein Widersprach. Aber das, was Sie jetzt zum Besten geben, zeigt ja wirklich ein tolles Bild auf. Es zeigt ein Bild auf, wie Sie mit anderen Menschen, die Sie das erste Mal sehen, umgehen. Und eine Qualifizierung treffen, wo Sie in der Art und Weise eigentlich sich selbst desqualifizieren. Aber ich nehme das zur Kenntnis, das ist in Ordnung. Sie sind ein Sör in Ihrem Sinn. Sie haben das auch schon gelebt. Ja, wir haben ja die versteckte Kamera schon erlebt im ATV. Das spricht offenbar für Sie. Wenn sich jemand verstellt und nicht authentisch ist, dann sind das bei aller Wertschätzung. Deswegen habe ich Wollen gewonnen. Das ist unglaublich. Aber der Patekönig Strache wird ja den Michi Halpelt dann bei der nächsten Wahl herzlich gratulieren. Sofern wird er ja sein. Ihnen ist offensichtlich entgangen, dass ich seit 2005 jede Wahl gewonnen habe. Und Sie stellen sich hierher und sagen, ich habe offenbar keine Wahl gewonnen. Ja, ich bin Wanneshaubmann. Was ist der Herr Strache? Offenbar haben Sie sich mit Wahlerkenntnissen in den letzten Jahren nicht aufgenommen. Der Herr Strache ist wahrscheinlich Präsident von Airballon, wenn ich es seit Wieschen anschaue. Und wahrscheinlich der neue Einzelhandelskurs. Die neue Grüne, die neue Erlacht. Wann seid ihr denn per Du geworden? Nein, der kommt da daher, der hat der HC und sagt Servus. Du, ja jetzt gerade vor zehn Minuten und jetzt ist er bei Sie, weil er verkrampft ist. Vor der Kamera verkrampft er, Herr Strache. Ja, was heißt denn nichts anderes als, ich bin dein Diener? Kommt aus dem Lateinischen? Mein Diener braucht überhaupt niemand sein. Ich diene mir selbst, putze meine Schuhe selbst. Da brauche ich überhaupt keine Diener. Sondern ich bin ein bisschen erstaunt, dass der König von Wien, aber nur vor Wahlen, nicht nach Wahlen, in Kärnten ein bisschen Nachhilfeunterricht braucht. Aber den kann ich ihm leider nicht geben. Aber er kommt ja privat heute, oder? Ich finde es so beachtlich, wie Wien-feindlich man sein kann, obwohl eigentlich der halbe See mit Wiener heute zum Glück auch besetzt ist und hier eine gute Tourismuswirtschaft auch entsteht. Und ich finde es so interessant, wie man derarterweise Wien-feindlich sein kann. Ich bin Wiener. Das ist wirklich unangenehm. Also ich komme gerne nach Kärnten, weil ich die Menschen mag, aber ich habe mich bei Ihnen als Mensch getäuscht. Das sage ich ganz offen. Das lässt mir aber sehr kalt. Faktum ist, ich liebe Wienerinnen und Wiener. Ich bin auch Berlauch-Importeur. Viele Kärnerwirte werden von mir versorgt, beispielsweise. Kofferraum von Berlauch. Der Strach ist ja kein echter Wiener, der ist ein Schmähführer. Da habt ihr genug beleidigt, oder? Das sind immer die gleichen. Das ist keine Beleidigung, das ist ein Scherz. Das sind immer die gleichen. Also schau, ich warte einmal, was du reisen wirst in Wien. Und wenn es so gut ist, dann wirst du wieder in Kärnten schönen Urlaub noch. Ebenfalls, ja. Dann müssen die beiden Herren sich in den See ein bisschen abkühlen.